Hallo, ich freue mich mit meiner Mama, habt ihr mir was gekauft? Wir bekommen einmal eine Mente-Tex-Training-Card-Game-Box. Da oben haben wir noch zwei doppelte Tees. Ähm, ich gucke mal. Ich stelle euch mal so hin, ich weiß nicht, ob mein Zeug sieht vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Das ist hier. So, und da sehen wir gleich mal Limited-Auflage. Und ich würde sagen, das packen wir mal gleich aus. Und jetzt gibt es die erste Karte, habt ihr ja schon gesehen. Lukas Alario. Dann, Moisander von Werder Bremen. Giulio Donati von May 5. Pia Mink-Schwegler von Hannover 96. Alexander Schwolo, Torwart Sportclub Freiburg. Sorry, wenn ich mich verspreche. Milus Veljkovic von Werder Bremen. Dann haben wir Lukas Müll vom 1. FC Nürnberg. Dann haben wir Louis Holpi vom HSV von Hannover Sportverein. Sehr coole Karte. Dann haben wir Oliver Fink von Fortuna Düsseldorf. Sieht man das so? Keine Ahnung. Dann haben wir Holland von Darmstadt. Ich knie mich mal hin. Dann haben wir Steven Zuber von Hoffenheim. Den nehm ich noch auf. Ja, ich nehm noch auf. Ich hab gerade geguckt. So, wieder machen. Also, wer es nicht gesehen hat. Das war Steven Zuber von TSG 98 Hoffenheim. So, dann haben wir... Dann haben wir... Oh, 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 oh. Ist da was gesehen? Ich habe schon von nicht. Dann haben wir Chinji Kogawa vom Spitzenreiter Borussia Dortmund. Sehr nice Karte. Dann haben wir Daniel Caligiuri, der immer noch fehlt vom FC Schalke 04. Nice. Oh, dann haben wir Lukas Alario normal von Bayern 04 Leverkusen. Ich bin noch einige. Achso, und übrigens, es sind 14 Karten plus Alario. Dann Hübner von Hoffenheim. Dann Vedat Ibizewitsch von Hertha BSC. David Abraham, Eintracht Frankfurt. Matthias Ginter, Borussia Mönchengladbach. Okay, dann haben wir noch einiges. So, dann haben wir Ziele von Stuttgart. Stuttgart ist ja nicht in der so guten Phase bis her. Dann haben wir Ski Elbert. Ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht. Ich hoffe. Dann haben wir Milo Gratia von Werder Bremen. Dann haben wir Christian Ginter. Und Leute, 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 Leute. Pavlenka und Lute. Beide Torhüter brauche ich. Einmal Lute und einmal Pavlenka. Pavlenka wieder so schon. Die lege ich mal gleich hier auf meinen Sammelhall. So sieht man das. Das ist nice. Dann haben wir Robert Bauer von Nürnberg. Dann haben wir den... Sorry, dass ich das mache. Aber wir haben Joshua Gieler. Okay, Frau Gersbo. Dann haben wir... Sven Bender und... Oh, da ist noch einer. Felix Groß von Union Berlin. So, dann haben wir noch... Ehen Zolloi. Dann haben wir Schmelzer. Dann haben wir Halzenberg. Dann haben wir Patrick Herrmann. Oh, ich hasse das. Leute, zum einen Heften gibt es natürlich auch ein Video. Die Leute legen mal nach oben. Oh, Leute, gleich sind schon die Starspieler so. Hier, Upa Meccano von Leipzig. Marco Russ von Frankfurt. Und hier seht ihr schon mal ein bisschen was. Dann haben wir einmal Starspieler Niklas Füllkrug. Dann haben wir einmal Starspieler. Bell, den ich noch brauche von Mainz. Dann haben wir das Club-Logo von Schalke. So, dann... Dann haben wir noch Mario Gomez als Starspieler. Dann haben wir noch von Leon Bailey Club 100. Den lasse ich lange drauf, bis er hoffentlich scharf ist. Und der letzte ist... Matchwinner Niklas Stark von Hertha WSC. Ja, Leute, das war das... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich zeige ein Logo der Bundesliga. Ich muss kurz Platz machen. Hier. Jetzt will ich nochmal... Eine Karte fehlt mir nur. Schreibt mir in die Kommentare, wer die 6 hat. Das würde mir super weiterhelfen. Wer voll lieb von euch... Und da seht ihr, Andreas Lute. Und so. Versucht ihr mir jetzt anzuhöften. So, zeig. Und Pavlenko machen wir dann auch. Oh, Leute, wartet, wartet, wartet. Dann machen wir den Matchwinner Stark auch. Welche macht der? 43. Der kommt dann... Hm? Da hin? Und Jiri. Pavlenka. Komm. Oder? Machen wir genauer. Und dann da rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und... Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020